Ziehen wir uns noch goodgermanytwitchgermanytwitchcontouring. Jetzt heißt es wieder für Streamer, pack deine Facecam dahin. Hallo? Hallo meine Freunde. Ich hab das Beste gegeben, damit das Video safe ist. Wer ist der denn? Für Streamer, bitte packt eure Facecam hier unten rechts hin. Für Basti, bitte mach einfach so wie immer. Und Kevin. Du hast einen kleinen Schmanz. Wenn ihr mir Clips schicken wollt, macht es über meinen Community Discord, linken es in der Beschreibung, oder über meinen Twitter, at moinbinderben. Okay. Und ja, enjoy. Ganz lustig, also eigentlich gar nicht so lustig, nee, also eigentlich schon lustig. Ich hab mal mit jemandem geschrieben auf Instagram, einer Dame, plötzlich gibt es eine Nachricht, wo moinbinderben ins Mikrofon brabbelt und erzählt und sagt so, hallo, Revi, bla bla bla, ja, wrap it up. Jedenfalls, ähm, hab ich dann gefragt, okay, woher kennst du ihn? Und dann meinte sie einfach nur so, ja, das ist mein, das ist, das ist einfach nur ein guter Freund. Schade, Ben, schade. Ja, viel Slack, man. Cedric's Vater sieht einfach aus wie Laschet. Ich weiß nicht, wer das ist, Bruder. Die Butter ist schon komplett zerlassen, die hat's schon, die hat's aufgegeben. Anissa, bitte. Oh mein Gott, die Butter ist rausgesprungen. Was trinkst du? Äh, sieht man das? Das ist purer Wodka. Chillig, Henke. Hä, höre nur ich nichts oder bin ich taub? Hackt der? Hackt der? Ach, wat'n scheiß Tag. Ah, gut, dass sich die Situation geklärt hat. Sehr schön, gut. Richtig und wichtig. Nicht runterschlucken. Ey, Jens, komm. Nicht runterschlucken. Mach jetzt. Nicht schlucken. Auch wenn's nach Alkohol schmeckt, nicht schlucken. Komm. Ah, nicht tun's jetzt, ne? Jetzt geht's los, Abstand. Oh mein Gott, so geht Feuer spucken. Oh, nein. Ja. Sascha, komm. Oh, hilf, hilf, was? Cooler König, Digga. Stark. Stark. Shameless Hot Top Stream. Oh mein Gott. Digga, und das ist, das ist, glaube ich, ne Porno-Darstellerin. Ich kenn die. Also, hab ich von, ich hab, wirklich. Lautes Trinken und lautes Essen ist so widerlich. Junge, heiz die Maute, Digga. Du bist CEO für lautes Fressen, Digga. No joke. Wenn Kevin Teller was frisst, dann ist es wie, als würdest du in so einem Schweinestall rumgehen, Alter. Wo wirklich so ein Trog ist und dann... Junge, wenn du mit Kevin am Tisch sitzt, Alter, und irgendwas trinken willst... Digga, es spritzt überall Essen hin. Der ist am Chompen wie sonst. Digga. Lass ihn. Okay, sorry. Das meine ich. Das kann sehr gut sein. Ich möchte es mir nicht eingestehen, aber es kann sehr gut sein. Ich bin sogar so smart, weil ich habe schon ein paar Mal... Ich habe einen Mute-Button. Ich habe einen Mute-Button auf meinem Stream-Deck. Für Discord und einen Mute-Button für alles. Also, wenn ich hier drücke, dann hört man mich nicht mehr. Man hört sich noch. Aua, Flash B. Digga. Stark decaying. Die hat die Flash mal komplett IRA kassiert. Ja, let's go. Hey, ganz ehrlich, Leute. So ein süßer, oder? Ich bin 24 Jahre alt. Ich habe so viele Sachen schon in meinen Mund gesteckt. So ein kleiner Bonbon. Der würden wir schon nicht umbringen, oder? Okay. Maxify referiert hier gerade auf eine Überdosis MDMA, die er damals mit 18 im Club genommen hat. Digga, ich wollte nur mit dem Dinger zeigen. Ich wollte... Bruder, warum zieht der deine Waffe? Das wollte ich nicht. Digga, Montana Belek, lass es doch. Guck mal hier, wie ein Profi, Digga. Zieh dir das rein. Guck mal. Stark. Ich habe keine mehr. Digga, was ist das denn? Oh. Was ist das? Was frisst der da? Wie frisst der es? Und... Hier denn, Barty. Was ist ein Human Egg? Eine Eizelle? Was war nochmal Eizellen? Wart mal kurz. Haben auch Männer Eizellen? Nein. Männer haben Uterusson. 3, 2, 1, los. Was? Würde ja so einen nice Frontflip machen. Boah, Digga. Chill, Digga. Frontflip. Sehr stark, sehr stark. Sagst du. Doppelpunkt P. Digga. Wäre wirklich so, Digga, wäre so unironic, so, so Doppelpunkt P und... Ey, Chad, lass das wirklich, Alter. Mann, lass das doch, Alter. Digga, das ist so schlimm. Junge, Zunge rausstrecken heißt für mich, mir will jemand das Arschloch lecken. Ja, Danny hat bestimmt eine richtig geile Arschlochzunge. Das ist der Richtige, er ist kurz vorm Ziel. Zweierer Glöcke. Kevin? Okay, now what would you do if someone comes with a gun in Burgershark? Will you defend the honor of Burgershark and its employees? Of course, of course, of course. I will tell him, ey, du Arschloch! Hör auf mit der Waffe rumzufuchteln! Mhm. And then he will leave. Okay, hier müssen wir rechts. Vorsichtig. Ja, doch nicht. RTL, Frühstücksshow, Fernsehen. Guten Morgen, Deutschland ist tot. Schön. Achso, oh. Clyde Tidalware. Was ist denn das? Das ist diese Figur. Ja? Ja. Dann sind wir ja da. Keine Ahnung. Decker, wenn Opa wieder bei Bingo gewonnen hat. Alter. Wegen Flut? So sieht eine echte Storxflut aus. Wie, und bei Abby geht das wieder den Wasserfall hoch? Gerade eine Bär. Äh. Nein. Oh nein, Decker hat sich einfach so ein Leben geheatet. Damals alles in dem rosa Filter. Baller meine Lines, das Kollege der Boss. Beide sind übertrieben geil. Was geht ab? Können wir vielleicht zu dritt uns mal treffen und einfach mal reden? Seid ihr am Start? Ja, also, wir haben ja zusammen gekocht und, äh, danach haben wir ja zusammen noch was getrunken und, ähm, dann haben wir ja zusammen, ähm, noch, ähm... Das war Do Your Homework und HA wurde bei uns in der Schule immer abgekürzt mit HA. Oh, die steht ja noch nie so eine saure Baubläre. Äh, Blaubäer. Oh, okay. Chillig, Dave. Oh. Was ist das für ein Spiel? Ah. Die Fürze macht mich, äh, die Fürze macht mich gay, Sir. Is given to these animals. But the weight isn't important, because it's about the energy. Chillig, was ist weight? Weizen? Ist doch weed, oder? Oder wird es in UK so ausgesprochen? Was? Da kann nicht mehr so viel passieren, nigga. Ja, du bist braunes Ei und ich bin weißes Ei. Ja, du bist braunes und weißes Ei. Ja. Wir sind aus der Bodenhaltung. Also ich bin aus der, äh, 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 äh. Du bist aus der Bodenhaltung. Mhm. Frei, Boden-Freilandhaltung. Ja. Ich bin BYU. Wieso bist du BYU und ich nicht? Ich bin BYU, ich bin weiß. Was soll denn das jetzt, Digga? Naja, nein, das war... Also die Karte... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, Digga, what the fuck? Oh, nein. Oh, 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 oh. Ah, na. Hm? Nee, also da muss ich... Nee, da distanz... Also da muss ich leider mal den Distanz... Also... Da Distanz... Also, da muss ich ja ... Da wollte ich mich nicht zurück. Oh, 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 na, da muss ich mich ja ... Warte, darfst du jetzt nicht ausspielen? Wie klug ich bin, dass ich hier mal rausziehe, wenn es was rauszuziehen gibt. Mhm. Also, dass ich rausziehe. Das ist doch so smart, so smart. Weil ich kann mich nicht verlassen, ich kann mich nicht verlassen auf irgendwas. Wenn ich sicher gehen will, zieh ich raus. Okay. Ah, jetzt hab ich mir selber ins Gesicht gespritzt. Okay, chillig. Das Gute ist halt, dass zum Glück Agatha im Regelfall immer auf jeden pustet und alles kalt macht. ... dass jeder auf jeden Streamer irgendwie so crusht. Ist das so ein Trend? Passi? Keine Ahnung. Auf wen soll ich crushen? Julian Bam. Julian Bam. Ich hab einen Crush auf dich. Bitte heirate mich. Chillig. Boah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, was ist das denn für ein Peti-Stream? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet, Alter? Ah, ah. Alter, du bist völlig, Mann! So blöd kann keiner sein. Guck dir das an! Alter, das schreut! Das schreut! Das schreut! Das schreut! Was ist das? Das schreut! Ah! 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 Warum lacht der Folterknecht so? Warum lacht er so? Oh, schreut! Und, ähm... Ja, Mann, ich hab wieder... Ich... Ich... Ich hab wieder... Ich hab wieder... Das ist doch... Danny? Danny, komm schon. Ah! Wer hat ein paar Weh in die Klo? Mann, Junge, ey! Ist doch alles gut, Mann! Ach so, ist auch so, Mann! Elena Calamparelli, Junge. Morgen wird geschrubbt. Er ist halt hell! Und ich krag... Ich krag ja nicht auch teile Sachen. Mein dick, Junge. Tillich. Ich hab jetzt einen Chat. Wie fort, seh ich gut aus. Keine Zeit vom Film. Sorry, ich geh mit den Jungs raus. Bestell der Dagger King, weil... Ich um mich bin. Nuggets in der Bag, weil ich's mir so schmeckt. Bruder Lieferando, heute geht der Let's auf nicht. Cash auf dem Tisch. Ich hab aber keine Zeit für dich.